Das ist Felix, er ist zwölf Jahre alt und wohnt in Wittenberg. Jeden Morgen macht seine Mutti ein tolles Frühstück. Die Hälfte gibt er sein Kumpel Klaus. Heute ist in der Schule Tag der gesunden Ernährung. Die Klasse macht einen Ausflug auf den Bauernhof. Dort wird gesundes Essen hergestellt. Auf dem Bauernhof spielen Felix und Klaus an der frischen Luft. Zwei haben beschlossen, sich von Junan gesünder zu ernähren. Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017